So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal und heute befassen wir uns mal mit dem neuen Wolverine-Film, nämlich Logan the Wolverine. Es ist wahrscheinlich der letzte Film mit Hugh Jackman als Logan. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil wir haben ja schon ganz oft gehört, dass Daniel Craig das letzte Mal James Bond spielen wird. Jetzt soll das ja vielleicht doch wieder sein und deshalb sage ich erstmal vorab, wahrscheinlich der letzte Film mit Hugh Jackman als Logan und auch heute wieder wie zuletzt bei Kong Skull Island. Es werden Spoiler folgen, das heißt für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, wäre jetzt gleich der gute Grund abzuschalten oder zum Ende zu gehen, um zu gucken, welche Punktzahl ich gegeben habe. Ich bin kein Freund von den ganzen einzelnen Wolverine-Filmen, das steht definitiv fest. Ich mochte beide nicht. Ich fand den ersten Wolverine-Origin, X-Men Origins Wolverine, glaube ich, hieß der Film, der war nicht wirklich sonderlich gut. Ich erinnere mich noch ganz stark an den Deadpool, sage ich jetzt mal, auch damals schon gespielt von Ryan Reynolds. Kein Vergleich natürlich zum heutigen Deadpool und das war auch so ein Film, den konnte man vergessen einfach. Der war total enttäuschend, total langweilig. Das war überhaupt nichts für mich. Und dann kamen Wolverine Wege des Kriegers. Auch der Film war einfach nur grottenschlecht und einfach nur enttäuschend, muss ich sagen, dass ich gesagt habe, nee. Also ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf noch einen Wolverine-Teil. Und dann kamen die ersten Trailer zu dem Film und da habe ich mir schon gedacht, bevor ich den Film gesehen habe, Ja, die werden definitiv besser oder der Film wird definitiv besser als die vorherigen Teile. Und das Ganze hat aber scheinbar so lange gedauert, dass man mal auf die Idee kam, Wolverine mal ein bisschen anders zu gestalten, nachdem halt Deadpool rauskam. Und das finde ich ein bisschen schade in einer Hinsicht, wo man sagt, wir müssen erst auf eine Idee kommen, bis ein Film, der vorher lief, der scheinbar alles richtig gemacht hat, also im Vergleich, also Deadpool jetzt sozusagen, der alles richtig gemacht hat, der ein super Einspielergebnis hatte, der den Fans gefallen hat, der von der Bewertung her gut war. Ja, da so lange brauchen wir, um vielleicht mal zu kapieren, hey, vielleicht müssen wir unser Konzept von einem Film komplett umstellen. Das ist ein bisschen schade, dass das echt so lange gedauert hat, dass man da echt so lange überlegen musste. Aber es hat halt, in Logan hat es halt auch wieder funktioniert, muss ich sagen. Das war ein wirklich vernünftiger Wolverine-Teil. Der war zwar für mich in einigen Stellen ein bisschen, hat man da ein bisschen Potenzial verloren, in den anderen Stellen war es mir wieder ein bisschen langweilig zwischenzeitlich. Also man hatte halt kurze Längen im Film. Die sind mir persönlich aber aufgefallen. Ja, einige werden jetzt sagen, was, der Film war hammergeil, 10 von 10, 9 von 10 oder sowas. Mir war es im Endeffekt mal ab und zu ein bisschen zu langweilig. Und mit 2 Stunden 15 ist mir der Film auch ein bisschen zu langweilig. Man hätte den vielleicht 10, 15 Minuten kürzer machen können auf jeden Fall. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, ja, das war perfekte Länge und der Film hätte wieder sein können. Das ist ja, wie gesagt, nur meine Meinung. Trotzdem muss ich sagen, dass ich Logan relativ genial fand, dass Wolverine halt am Ende stirbt. So, großer Spoiler. Das war abzusehen, muss ich sagen. Ich habe damit jetzt vielleicht nicht direkt gerechnet, aber ich habe gesagt, naja gut, er wird das letzte Mal Wolverine spielen. Wie will man das sonst beenden? Und das Ganze spielt ja im Jahr 2029. Das heißt, es gibt ja sozusagen keine Mutanten mehr. Das heißt, wenn jetzt ein neuer X-Men-Film kommen wird, dann bin ich sehr gespannt, wie man den macht. Wie gesagt, ich bin kein Comic-Leser von der Reihe von X-Men. Ich habe auch nie Avengers oder sowas als Comics lesen. Das bedeutet, ich kenne mich da null aus. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man das Ganze jetzt versucht weiter aufzuziehen. Ob man sagt, gut, wir springen wieder in die Zeit, nochmal dazwischen zum Beispiel nach X-Men Apocalypse einen Film zu machen. Oder wir gehen halt wirklich richtig in die Zukunft und spielen dann im Jahr 2030, 2040 oder so. und nehmen halt diese jungen Kinder, sage ich jetzt mal, die man halt sozusagen erschaffen hat, statt neue Mutanten, die geboren werden. Das muss man halt dann so gucken, wie sich das weiterentwickelt. In X-Men, in Logan, muss ich auch sagen, dass das schön war, dass man das gut umgesetzt hat, auch mit der Tochter von Logan, die ja halt nicht direkt seine Tochter ist, sondern mehr so ein Klon von ihm ist, aber dann halt sozusagen als Tochter bezeichnet wird. Auch die Rolle von Patrick Stewart, noch ein letztes Mal wahrscheinlich als Professor X zu sehen war, der halt dann auch im Film stirbt. Das Einzige, was ich richtig scheiße fand, ist, dass man nochmal den kompletten Klon von Wolverine gemacht hat. Das fand ich echt schade und Wolverine dann sozusagen gegen Wolverine kämpfte, ein eigenes Ich gegeneinander. Das fand ich scheiße. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann war es auch wirklich nur so ein kurzer Kampf, immer zwischen den beiden. Und der war einmal ganz kurz, wo sie auf der Farm sind, und das zweite Mal dann kurz vor dem Ende. Und das fand ich echt schade. Und das hat mir den Film dann am Ende dann nochmal so ein bisschen kaputt gemacht, wo ich sage, nee, das hat mir persönlich nicht gefallen, dass man da einen Klon von Wolverine gemacht hat. Mir hätte das mehr gefallen, wenn das was anderes gewesen wäre. Aber so hat mir das überhaupt nicht gefallen. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meiner Kritik zu Logan. Ich habe nicht viel zu sagen, weil der Film war vollkommen in Ordnung. Hatte für mich persönlich ein paar einzelne Schwächen auf jeden Fall. Aber das ist, da kann man jetzt drüber streiten. Da werden andere sagen, ja, das waren für mich keine Schwächen. Für mich waren das die. Und damit gibt es am Ende für Logan doch gute 7 von 10 möglichen Punkten. Es ist der beste Wolverine-Teil und es ist auch einer der besseren X-Men-Teile auf jeden Fall. Und damit bin ich raus. Wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.